Hallo Leute und willkommen zum nächsten Mal vom Projekt. Ich brauche jetzt einfach mal ein kleines Tiergehege für die Viecher dahinten, komischen Missgeburten. Und ja, kommen wir erstmal an. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da das Gehege hin, also das Tor. Ja, äh, ich mach grad Kistensortieren. Kannst du mir schnell eine Schaufel machen? Ich schreib grad ein Schild, warte. Danach gerne. Ähm, wir haben jetzt grad das Lager aus hier um einen erweitert und in der Zeit hab ich in der Aufnahmepause grad mal die Dreck- und Steinkisten umgebaut, weil das nehm ich nicht auf Punkt. Äh, ne Schaufel willst du? Ja. Komm her, wo bist du? Ich bin da, wo ich das Gehege bauen will. Komm zu dir. Musst du aber schon mit zufrieden sein. Das war ne Hole. Das ist behindert. Das war ne Steinschaufel. War ne Hole. Eine Hole. Eine Hacke. Ich brauch ne Schaufel. Was? Geh mal her. Da. Stein Hacke. Die hast du aus dem Werkzeug teilgenommen, ne? Das sieht original aus wie ne Schaufel bei mir. Welches Textwerk hast du denn? Ich hab, äh, äh, Chroma Hills. Das sieht kein Stück aus wie ne Schaufel. Das sieht genauso aus. Ähm. Ich brauch's mir auch ne Schaufel. Braust du dir ne Schaufel oder brauchst du mir eine? Ich brauch mir jetzt ne Schaufel, weil ich sehen will, dass die gleich aussieht. Dann brauch ich mir selber eine. Du hast alle Sticks mit drin, du Arsch. Ich hab alle verbraucht, meinst du? Dein Ernst? Ja, aber ich hab noch zwei von ne Schaufel liegende. Danke. Also, hier ist der Unterschied. Stein Hacke, Steinschaufel. Das ist ne komplette, also Eisenschaufel. Ich weiß nicht, wie die Steinschaufel aussieht. Sie sieht fast genauso aus. Nicht im Ansatz, oder? Doch. Ernsthaft mal. Ich war voll verwirrt. Äh, ich bin verwirrt. Ich wollte hier jetzt noch eine Kiste machen mit, äh, Holzzeugs. Holzsachen oder Holzzeugs? Keine Ahnung, wie du's nennen willst. Mir ist eigentlich komplett egal. Kannst du's auch Holzsachen nennen, Holzzeugs? Ich hab's jetzt halt so Holzsachen genannt. Ich glaub, ich mach mal bei den Texture Packs jetzt fängt's raus, weil dann sieht das so scheiße aus mit den Connected Textures, oder wie das heißt. Okay, ich mach jetzt grad Englisch wieder rein. Hm, Australian Englisch? So, jetzt sieht das schon wieder besser aus. Ich will auch mal die Piratensprache ausprobieren. Ich hab grad keine Rückmeldung von Minecraft. Ja, das dauert mal ein bisschen, wenn du irgendwas umstellst. Ja, ich weiß. Woher? Ich hab's schon ein paar Mal umgestellt. Ach, sorry. Oh, Gott. Was sind eigentlich Anisotropesfiltern? Das sind Filter. Ja, aber für was? Und dann bin ich behindert, hier hab ich noch sechs, ne? Äh, Kantenglättung. Die sind bei der Übersetzung. Bei der Sprache. Was? Die kann ich bei der Sprache ein- und ausstellen. Und... Sprache. Wo steht das? Ähm, unten links. Wahrscheinlich Kantenglättung bei... Bei irgendwelchen russischen Zeichen, oder weiss das ich. Ähm, ja genau. Ich werde jetzt mal die Saplings einmal in die Kiste für Saplings. Achso, äh, muss ich auch mal machen, die Kiste. Äh, hier hab ich für... So, Saplings gibt's da. Äh, was brauchen wir noch? Äh, was brauchen wir noch? Kiste für Blumen und Kiste für Anbau. Richtig? Ja. Du gehst grad Nacht. Sexy. Gehen wir dann schlafen, oder eher? Nicht so. Gleich. Blumen... Hier. Ähm, und dann noch... Oh, scheiße. Man sich immer drücken muss. Und Jörg ist übrigens auch noch da, aber er redet nicht mehr mit uns. Ja, irgendwie hat er keinen Bock mehr auf uns, glaub ich. Ist Jörg noch da? Jörg, jetzt ernsthaft mal? Ah, er ist noch da. Und Jörg hat die Wege übrigens sehr schön gebaut. Liegst du im Bett, Jörg? Ja. Gut, ich auch. Ich hoffe, mein, ähm, Speicherpunkt, also mein, mein, mein Ding, mein Spawnpoint wird hier mal gesetzt jetzt. Hoffe ich nicht. Ich hab nämlich keinen Bock, nochmal zurückzulaufen. Echt nicht. Ich glaub, ich brauch das Dach jetzt auch anders. Wär's hier irgendwie dann besser, wenn wir alle Wege aus diesem Bruchsteinpflaster machen, ne? Haben wir nicht alle aus dem? Nein, hier zum Beispiel nicht. Ja, das ist ja der Anbau. Hier nehmen wir Kies. Oder Kollektan reicht auch. Ja, aber hier zum Beispiel für den Weg würde ich das dann hier noch nehmen. Ja, auf jeden Fall. Jörg, das musst du noch beheben, bitte. Aber nur für die Wege außerhalb von, von Zäunen und so, also nicht in, auf den Feldern. Das sieht doof aus dann. Ähm, jetzt brennen auch vier von diesen Zäunen. So, ich brauch jetzt erstmal die kompletten Saplings. Dann kriegt jeder Saplings, dann kriegt jeder Saplings eine eigene Sparte. Geht das überhaupt? Keine Ahnung. Äh. Wartow haben wir nur noch einzig. Warte, ist das Rohholz? Äh, Saplings. Einmal Oakwood Saplings. Die kann ich ja schon mal alle in die Kiste schmeißen. Brauch ich denn? Birken ist jetzt Slinge. Reichen. Nein, es reicht nicht, ich bin dumm. Oh gut. Dann haben wir noch Akazien und Dschungel und theoretisch noch Fische. Danke, Jörg. Warum schlägst du mich? Ich habe keinen Absicht. Warum, warum redest du so leise? Magst du uns nicht mehr? Ich habe es weggedreht, weil ich das gegessen habe. Ach, du hat gegessen, der Assi. Ja. Ja, der Assi hat gegessen. Ich esse euch auch immer. Ach, der hat aber dann nicht mehr geantwortet. Er gibt Sinn. Gut. Nein, er gibt keinen Sinn. Halleluja raus. Wir brauchen auch noch irgendwo eine Kiste für Leaves. Für? Weil wir so viele haben. Dann verbrenn die oder so. Nein. So. Dann kommt die Kiste für Anbau, woanders zum Punkt. Blätter. Sind die ganzen Pilzkühe eigentlich angeleint oder nicht? Äh, nicht alle. Haben wir noch Leinen? Ähm, nein. Nein. Müssen wir wieder welche bauen. Kannst du mal welche machen, bitte? Ich weiß gerade nicht mal, wie die gehen. Ich das. Wenn ich es wüsste. Ich weiß es, glaube ich sogar. Ähm, warte. Ich mach schon. Boahen wir doch Faden und Dings. Ja, ich mach schon. Und so. Doch, vier. Ich hab schon vier. Ich brauch nochmal vier. Äh, in meinem Zimmer. Das ist jetzt ungefähr. So. Ja. Das ist halt scheißberg from a health. Jetzt da sind einfach ein paar Texturen, wie zum Beispiel Leinetexture nicht vorhanden. Okay, es sind jetzt acht und die Leinetexture ist vorhanden. Ich hab auch ne Leine. Als Texture. Ja, aber ich hab nur das Standard Minecraft Texture als Leine. Ich weiß nicht, ob das die Standard Minecraft Texture, die ich hab. Ist sie verpixelt oder sieht sie hochauflösend aus? Sie ist ein bisschen verpixelt, aber die Schaufel ist auch ein bisschen verpixelt. Alles ist ein bisschen verpixelt bei, äh, Svei, äh, bei, bei den ganzen... Ich benutze doch. Ach ne, ich benutze inzwischen wieder Svex. Ja, aber Svex hat... Ich wollte nämlich schon sagen, da sieht das nämlich mit der Schaufel und... ...mit der Hu wirklich sehr ähnlich. Ja, ich benutze inzwischen wieder Svex. Hallo. Lass die Armen kühlen, ruhe sie in den Nix-Ges-Harnjörg. Äh, wo packe ich meine Lillipad? Doch, ich hab sie angeguckt und jetzt ist meine Spitzhacke kaputt. Ja, toll. Ich hab Lillipad jetzt mal, äh, mit zu... zu pflanzen. Gepackt, also zu Blumen. Au! Sorry. Ähm, wollen wir die Drops auch woanders haben? Ach ja, wir wollten ja eine extra Wand für Drops haben. Also, ne... ...ne Kistenreihe. Ksch! Geh weg, wo? Dann gehe ich halt hier durch. Wir wollten Monster-Drops haben und was noch? Äh, und, äh, NPC-Drops. Keine Ahnung, wie wir das nennen sollen. Äh, Jörg, wie würdest du kirische Drops nennen? Also von freundlichen Kreaturen? Nee, egal. Okay. Glaub hier mal den Weg, den Jörg noch bauen muss. Den bauen wir dann auch mal um das Kehle rum, ne? Ja, machen wir so. Stall und alles, ne? Ja, den baue ich noch. Ja, was hab ich denn eigentlich gebaut? Egal. Bin ich schon früh genug raus. So, und das andere nenne ich mal... ...nach... ...die NPC-Drops. So, und da dann besser auch noch einmal rum. Super, Jörg. So. Wie lange nehme ich euch noch auf? Weiß ich nicht. Weiß, 10 Minuten, was mache ich jetzt noch? Ich habe ja genug für den Stall sogar. Leder ist ein NPC-Drop, ne? Ja. Was noch? Clown-Fisch. Wieso ist Clown-Fisch bei Drops? Wo ist denn, wo der hin soll? Er ist nicht zu essen. Trotzdem ist er ein Fisch. Ja, aber bei Fisch habe ich nur Essens-Fisch reingepackt. Okay, dann machen wir gleich noch eine Sonstige. Hätte ich noch eine Sonstige packen können. Aber ich dachte, es wird besser. Eins, zwei. NPC-Drops. Wir haben eine Reihe Leder. Und dann Federn noch hier. Mit dem Leder können wir auch ein paar farbige Rüstungen machen. Ich meine, wir werden irgendwann die Power Rangers sein. Ich gehe gleich erstmal essen. Wie lange haben wir noch? 10 Minuten. Also gehe ich in 10 Minuten essen. Jörg, wo soll der Stall denn? Das war laut wahrscheinlich. Und hier hin? Okay. Dann machen wir das. Wenn Jörg das so will. Sind es slime-Monster oder sind es slime-freundliche Kreaturen? Sie greifen uns an, aber nur wenn sie groß sind. Also soll ich sie jetzt... Wollen nur kuscheln. Pack sie jetzt zur Börse, Viecher. Die wollen doch nur spielen. Achso, Strings habe ich ja schon mal mehr. Ich habe meine Kisten jetzt ein bisschen anders sortiert als Freddy seine. Glaube ich. Ja, ich sortiere sowieso alles um. Nein, tust du nicht. Wahrscheinlich schon. So, Gunpowder nochmal dazu. Bänderperle. Glaze Powder. Ich muss mal gucken, wie hoch die waren. Gold Nugget. Gold Nugget ist... Na ja, Gold Nugget ist ein Drop. Aber Gold Nugget würde ich auch nicht zu Drops packen, sondern eher zu Rohstoffe. Na ja, das ist doch nicht wirklich ein Rohstoff. Es ist Gold. Gold ist ein Rohstoff. Ja, aber du brauchst es nicht roh aus der Erde raus. Es ist trotzdem Rohstoff. Da wir zu viele Drops haben, ich mache sie andersrum. Ich habe übrigens keine Ahnung, welcher Parts aus das war. Ich habe den verändert. Also den... Nicht verändert, den Ordner. Egal, YOLO. Gut gemacht. Ja, brauche ich nicht. Glaustron ist auch kein Drop. Ich wusste nicht, wo ich Glaustron hinpacken sollte. Graneta-Zeug? Graneta-Zeug, das gehört zu Braun. Also, ich hatte keinen Bock zum Brauch am Zulaufen. Es ist kein Rohstoff. Was ist hier für Menschen? Also Gloustron würde ich auch nicht zu... Baustoffe. Baustoffe, ja, das passt auch schon wieder. Ja, wo ist denn die Spinnenaugen, die ich habe? So, Moment. Na ja, Poison. Ah, die Potato kommt auch nicht da rein. Die... Wieso haben wir eigentlich so viele? Papa, mal hier... Weil wir viele Kartoffeln haben. Die könntest du schon wiederernsten, der Löffel. Nein. Ja. Nein. Könnte ich. Nein. Kannst du aber auch lassen, Jörg. Fisch, hier brauchst du Kartoffeln. Ja, unbedingt. Alle. In meinem Haus. Jetzt erst mal einen Apfel. Nein, ich hab doch... Okay, du hast mir den Apfel nicht hingebraucht. Nein, 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 Freddy. Ich hau dich um. Geh weg. Was? Sollen unsere Rohstoffe hierbleiben? Wursten, ja, aber ich weiß nicht, das können wir später mal gucken, wie wir das alles ordnen dann. Aber jetzt brauch ich erst mal Wooden Slabs. Ja, ich brauch jetzt mal eine Anbaukiste noch. Wer noch welche? Oh, die will ich nicht hinter die Drops haben. Wo packe ich denn die Anbausachen mal hin? Zu den Pflanzen? Ja, da ist kein Platz mehr. Was ist denn da gemacht? Na ja, Saplings, Blumen und Blätter. Er hat eine eigene Kiste gegeben? Ja. Für die zehn Blätter, die wir brauchen. Egal. Haben. Wir haben genug Platz. Ich will die Anbausachen aber nicht unter Drops packen. Und für... Warte mal, wir brauchen eine Wand für Fleisch? Nee. Alter, wir brauchen so viel Fleisch Platz. Ja, wir brauchen drei Kisten für Fleisch und Fisch. Wieso drei Kisten für Fleisch und Fisch? Wir brauchen drei Kisten, alle nur für Fleisch. Na, wir machen eine Kiste komplett mit Rindfleisch, eine Kiste komplett mit Schweinefleisch und eine mit Fisch und Chicken, weil Chicken ernte ich nie. Okay, Fisch und Chicken ist also eine Kiste, gut. Gut, dann mach ich jetzt mal... Alter, Jörg, wo kommst du her? Auf den Dach. Warum? Scheiße, du bist so doof. Okay, das ist... Äh... Fleisch... Fleisch... Hier? Was hast du? Was hast du? Schweine... So, nach... Fast von 4 Minuten. Okay, Schweinefleisch passt nicht in eine Reihe, oder? Wo hast du denn jetzt Slap hin? Hast du noch einen Slap? Nee, ne? Oh, Schweinefleisch passt genau rein. Was für einen Slap brauchst du? Malen Eichenslap. Habe ich. Vielleicht zehn Stück. Du hast doch... Ja, ich hab den aufgesammelt. Okay. Okay. Deshalb hab ich mich weggestellt. Und... Huhn und Fisch, ne? Ja. Huhn und Fisch. Was macht ihr jetzt gerade eigentlich alle? Ich steh grad hinter dir und guck, was... ähm... Warum hast du dir zweimal hier geschrieben? Wo? Achso, äh... Weil das sonst unsymmetrisch aussah. Oh, ich hab Kacklasgrün. Das wollte ich haben. Ich wär der... Ich wär der grüne Power Ranger. Danke. Willst du doch noch 15 Leder haben? Hab ich die auch hingewiesen. Nee, Leder möchte ich keins. Zum Glück sind die Lederrüstung in diesem Texture Pack einfach nicht da. Also... Also... Nur mit ganz normalen Minecraft-Texturen. Und deshalb mach ich meistens Thanks wieder rein, weil... Oder ich mach einfach... Ne, das sieht auch scheiße aus. Ich nehme alles das rein. Ja, aber ich mag Chromahills mehr. Ich find's Facts ganz sexy. Ich wechsle zwischendurch immer mal wieder hin und her. Weil beide gar nicht... Das ist das Falsche. Äh... Chromahills muss noch ganz oben. Damit das dann besser aussieht. Ja, ich bin professionell. Mach das in der Aufnahme. Das hab ich mir gestern gekauft. Hör auf, äh... Wenn du... Wenn man dich nicht im Internet hören soll, dann darfst du nicht reden. Deswegen nimm dich auf. Aua, nicht damit hauen. Das tut weh. Nicht damit hauen. Was ist das? Bitte hör auf, das ist laut. Ja. Danke. Ähm... Wo hast du Leder hingepackt? In... NPC-Drops. Wo ist denn das? Da. Enten links. Och Gott, haben wir viel Kacke. Danke. Alter, das ist richtig schlimm. Hühnchen... Fisch... Annekes ist leer. Äh... Da sind die restliche Steaks. Hühnchen und Fisch. Freddy, lass das bitte. Ich bin grad am Dings machen. Ähm... Rüstung färben. Ist Jock wahrscheinlich. So. Ähm... Ähm... Viel Spaß mit dem, ne? Lass das, ich bin fast tot. Ne, ich bin auch fast tot. Ne, ich bin auch fast tot. Äh... Zwei Leben, ja bitte. Der grüne Power Ranger. Gab's überhaupt einen grünen Power Ranger? Ja. Ich weiß das nicht mehr. Ich bin doch gar nix zu sagen. Ich bin der Schwarze. Jörg, willst du auch noch Power Ranger werden? Ja, mächtig. Aua. Was war das? Okay, Jörg. War nichts für euch. Es war am Strand. Gut. Ich hab meinen Weg mal wieder abgerissen, den wollte ich nochmal anders machen. Ah, okay, okay. Ach so. Gut. Gut Job. Nein. Was haben wir jetzt noch denn alles für... Oh man, ne, so scheiße Hühner. Es gibt keine Hühner. Ne, hier waren nur Hühner. Ach so, die Fischkäste sind... Nein, nicht. Gitten da die Hühner hingewiesen, Tarnik. Welche Hühner? Die rumlaufen. Welche denn? Hast du schon alle geschlachtet, oder? Ich weiß nichts von irgendwelchen Hühnern. Was für Hühner? Wovon redet ihr eigentlich? Sind komplett behindert? Wieso haben wir so viele Mushroom Soups? Keine Ahnung. Jörg war hungrig. Wie machen wir das mit dem Essen? Also Mushroom Soups? Gemüse oder Obst? Äh... Keine Ahnung. Dafür würde ich eine eigene machen eigentlich. Warte, 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 warte. Pizze gehören zu Gemüse. Gemüse, Obst und dann, ähm, was... Wir brauchen ja noch eine Kiste für Brot und, ähm, Kuchen. Gemüse, Obst und Restliches Essen. Gemüse, Obst und Restliches Essen. Ja, warte kurz. Ja, ich will nicht schon wieder Kartoffeln haben. Nein, du bist jetzt der Power Ranger, der blaue. Ach scheiße, wir wollten die... Ach man, wir sollten ja die Kisten, die Essenskisten hier vorne hin machen. Ach scheiße. Ich will der pinke Power Ranger, okay? Ja. Ich kann die Kisten nochmal umbauen, alle. Warum? Weil wir die doch im ersten Raum haben wollten und nicht im hintersten. Ich kann zaubern jetzt meine Russen. Und ich kann die auch auf Level 1 verzaubern. Ja. Dann gehe ich in dein Haus. Weil... Du musst die erstmal ausziehen von dem Tisch hin. Oh, der Pass war vorbei. Danke. Schlechter... Schlechter Ding ist übrigens. Was? Äh... Zaun. Danke. So, dann hoffe ich euch der Part gefallen. Und ähm... Macht's gut. Das ist sicher 1. Trotz 1. Oh ja. Trotz 1. Und... Haltbarkeit 1. So Leute, ich habe der Part euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Man sieht sich. Tschau. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss...